Musik Hallo liebe Wanderfreunde, heute gehen wir einen Themenweg und zwar den 12-Weier-Weg von Heinitz. Er ist zwischen 10 und 11 Kilometer lang und wenn ihr wissen wollt, wie dieser so ist, dann bleibt dran. Musik Wie viele Kilometer seid ihr denn 2018 so gewandert? Ich weiß, wir haben jetzt schon Juni 2019, aber diese Wanderung, die wir heute machen, haben wir noch 2018 gemacht. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Gott sei Dank können wir heute wieder wandern gehen, da es gestern nur geregnet hat, unter anderem auch Eisregen. Aber ich weiß, wir haben Juni und ihr bekommt jetzt bestimmt kalt. An diesem Steg kreutzt sich wieder der Weg. Eben sind wir hinter dem Steg rechts abgegangen. Nun geht es geradeaus weiter. Gerade am ASV Heinitz eine kleine Cola getrunken und schon geht es weiter. Momentan laufen wir durch das Binsendal. Untertitelung. BR 2018 So langsam kommen wir wieder zum Ende unserer Tour. Die Tour hat uns soweit gut gefallen. Sie ist auch für Anfänger geeignet, denn man braucht nicht wirklich Strittsicherheit und viele Höhenmeter muss man auch nicht bewältigen. Vielen Dank, dass ihr wieder reingeschaut habt. Ich würde mich über ein kostenloses Abo freuen, sowie über einen Daumen hoch. Bis bald! MIT Wirklich Untertitelung. BR 2018 Hier kreuzt sich wieder der Weg.